Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, ihr habt es mitbekommen, dass ich schwanger bin mit unserem dritten Kind und ich wollte euch heute einfach mal erzählen, wie ich so von der Schwangerschaft erfahren habe. Tatsächlich haben wir von dieser Schwangerschaft drei Tage vor unserem Urlaub erfahren. Das heißt, ich habe so die ersten Wochen schwanger mitten auf einem Kreuzfahrtschiff verbracht. Und ja, ich kann euch sagen, das fand ich ganz so einfach, aber ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen was davon erzählen, wie wir überhaupt von der Schwangerschaft erfahren haben und wie es mir so die ersten Tage ging und wie ich auch so gemerkt habe, okay, das könnte geklappt haben. Also ich werde jetzt mal kurz mein Handy zur Hilfe nehmen, denn tatsächlich habe ich mir alles ganz genau aufgeschrieben, was ich so wann gespürt habe. Also wie habe ich von der Schwangerschaft erfahren bzw. wie habe ich das erste Mal irgendwas gemerkt? Also wie gesagt, ich habe ja an meinem Eisprung immer mega krasse Unterleibsschmerzen. Also wirklich so schlimm, dass ich schon mal im Krankenhaus war und so schlimm, dass ich jedes Mal denke, oh mein Gott, ich bekomme ein Kind. Also es fühlt sich wirklich an wie sehr, sehr starke Wehen. Das heißt, meistens ist der Eisprung ein Tag nach diesen Schmerzen. So habe ich das bei Google erfahren und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, wir probieren das Ganze mal. Es war der erste und der einzige Versuch, dieses Baby zu bekommen. Oktober, November, Dezember haben wir über das Baby gesprochen und uns Ende November eigentlich erst so für einen Versuch entschieden, dass wir versuchen, ein Baby zu bekommen. Ich habe dann an Eisprung plus drei bzw. vier, ich war mir halt jetzt nicht ganz sicher, ob der Eisprung am 23. war oder am 24. Einige sagen halt, wie gesagt, dass der Eisprung meistens immer einen Tag nach diesen Schmerzen ist. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal von Eisprung plus vier aus. Also Eisprung plus vier steht hier, dass ich sehr, sehr oft auf Toilette musste. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie mit der Schwangerschaft zu tun hatte oder sowas, aber es hat sich angefühlt, als hätte ich eine Blasenentzündung und ja, irgendwie hatte ich aber keine Blasenentzündung. Also es tat nicht weh, ich war einfach nur unglaublich oft auf Toilette. Genau und auch Eisprung plus vier habe ich ein kleines Piksen in der linken Leiste gespürt. Ja, war jetzt nicht schlimm, kann auch sein, dass ich mir das vielleicht irgendwie ein bisschen eingebildet habe, aber ja, das habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Und dann kam das richtig Verrückte an Eisprung plus sechs beziehungsweise fünf und auch sechs ging es mir richtig schlecht, dass ich wirklich zwei Tage nur auf dem Sofa gesessen habe. Und an Eisprung plus fünf bin ich auch in die Badewanne gegangen und ich hatte so, so krasse Gliederschmerzen. Also es hat sich echt angefühlt, als wäre ich richtig eine schlimme Grippe bekommen. Aber ich hatte keine anderen Symptome außer diese Gliederschmerzen. Ich hatte keine Erkältung, ich hatte keinen Fieber oder ähnliches. Also ich hatte ausschließlich Gliederschmerzen und das wirklich über zwei Tage verteilt. Und dann sind wir an Eisprung plus sechs oder sieben müsste es gewesen sein. Genau, Eisprung plus sechs haben wir unseren Thermomix abgeholt. Den habe ich per Kleinanzeigen gekauft und wir mussten da ein Stückchen hinfahren, weil die ein bisschen weiter weg gewohnt haben. Und wir saßen im Auto abends und ich habe richtig starke Unterleibsschmerzen bekommen. Richtig, richtig doll. Ich habe das direkt auch meinem Partner erzählt. Oh mein Gott, ich glaube, das ist der Eisprung, das ist die Einlistung. Das fühlt sich gerade extrem so an. Das tat richtig doll weh. Ich hatte einen richtigen Krampf unten im Unterleib. Und für mich war da schon klar, okay, das hat geklappt. Also auch hier habe ich wieder, wie bei meiner letzten Schwangerschaft, die Einlistung ganz klar gespürt. Keine Einlistungsblutung oder ähnliches. Das hatte ich auch noch nie. Aber halt wirklich krasse Unterleibsschmerzen. Also dass sich da wirklich was eingennisset hat, das habe ich absolut gespürt. Übrigens habe ich euch auch in den YouTube Shorts so ein kleines Tagebuch hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist ein kurzes Video. Ich habe damals nämlich tatsächlich so ein bisschen mitgefilmt in dieser Zeit. Und da könnt ihr euch das Ganze einfach nochmal live anschauen. Und dann an Eisprung plus neun habe ich gemerkt, dass ich unglaublich müde bin. Also ich war wirklich richtig müde, bin das erste Mal auf dem Sofa eingeschlafen. Und das ist für mich schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil ich eigentlich ein mega fitter Mensch bin und vor teilweise ein Uhr nicht ins Bett gehe. Ich bin aber nachmittags auf dem Sofa eingeschlafen. Und das war für mich auch so ein Zeichen. So, oh mein Gott, okay, dein Körper arbeitet gerade auf jeden Fall richtig krass an irgendwas. Außerdem habe ich richtig Hunger bekommen und habe viel, viel mehr gegessen, als ich sonst normalerweise esse. Und was ich auch so um Eisprung plus neun gemerkt habe, ist, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass meine Gebärmutter wächst, also dass sich da irgendwas tut. Ich habe ein mega krasses Körpergefühl und ich spüre wirklich alles. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, da passiert irgendwas in der Gebärmutter. Irgendwas ist da anders. Und da habe ich auch nochmal ein Video zu gemacht. Wie gesagt, schaut euch einfach mal das Tagebuch an. Das ist echt sehr, sehr spannend. Findet ihr in YouTube Shorts oder auf Instagram. Genau, eigentlich wollte ich dann Eisprung plus neun auch schon testen. Aber ich habe zu mir gesagt, okay, nein, das ist einfach nur Quatsch jetzt. Der wird sowieso negativ sein, weil er bei Eisprung plus acht habe ich auch schon getestet. Der war auch negativ. Eisprung plus neun dachte ich dann, okay, nein, wir testen heute nicht. Und Eisprung plus zehn habe ich dann getestet und der Test war positiv. Da habt ihr auch meine Live-Reaktion hoffentlich gesehen. Und an diesem Tag habe ich auch ganz, ganz krass gemerkt, dass meine Brüste wachsen und ich tatsächlich schon einige BHs aussortieren musste. Also die sind nicht einfach nur ein Stück gewachsen, sondern die sind wirklich schon richtig krass gewachsen. Und dann ging es für uns in den Urlaub. Und alles, was dann kommt, das erzähle ich euch in meinem nächsten Video und zwar in dem Schwangerschafts-Update. Ich habe hier extra nämlich schon meinen Mutterpass liegen und werde euch das Video jetzt im Nachhinein direkt drehen und euch von den ersten Wochen meiner Schwangerschaft berichten. Ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ja, das interessiert, glaube ich, auch die anderen, die hier zuschauen, ganz extrem, gerade wenn man frisch schwanger ist oder beziehungsweise in dieser Hippel-Zeit ist. Einfach, was habt ihr für Symptome gehabt in eurer Hippel-Zeit vom Eisprung bis zum positiven Test? Habt ihr euch das vielleicht auch aufgeschrieben? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das ist, glaube ich, super interessant für alle, die auch gerade in dieser Hippel-Zeit sind. Und ich zum Beispiel habe mir ganz viele von diesen Videos angeschaut und ja, einige Symptome sind wirklich identisch gewesen. Genau, folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Auch da kommt jeden Tag ganz, ganz viel Content, falls ihr mich hier ein bisschen vermisst. Oder ihr schaut hier einfach mal in den YouTube-Shorts vorbei. Da kommt auch immer ganz, ganz viel. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und da gibt es dann auch tatsächlich ein Bauch-Update. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Tschüss!